ab aber du bist gerade ein bisschen Konterproduktiv so jetzt läuft durch der kann ich ja nicht wenn ich da unten rumstehe ich muss mir erst mal umbringen jetzt kann ich ja könntest du meinen Portal mal das gelbe hier hinsetzen danke was will ich denn hier oben ja du sollst dann weiter durch ups zu hoch gesetzt das war ein bisschen tiefer wird er geht nicht es ist keine Kompetenz die ich lege es dir mal dahin ich verwechsel mal die Farben vor meinem Kanal das merkt man überhaupt nicht warte mal Jonathan setzt du mal bitte äh warte ja super ich ping grad setzt du bitte ähm ja ich kann nicht ping mit ach ich mit F pingst du hallo wo bin ich denn jetzt hier da bitte ein Portal hinsetzen warte wo und da oben ach da unten hier unter mir wo noch und ich löse jetzt ein ach so hast du da oben bei der ah da okay ist hier zwar daneben so dein rotes jetzt irgendwo hinsetzen dein rotes bitte sehr ich bin oben ja aber ich nicht weil du dein rotes versetzt hast äh dein gelbes und nicht dein rotes wie soll ich denn da jetzt wieder hinkommen kannst du mir verraten ich klau grad hättest du dein gelbes weggesetzt hättest du dein rotes weggesetzt könntest du das jetzt wieder da hinsetzen und alles wäre gebraucht Mann Kevin wo hast du eigentlich ich verwechselt oh so geht's natürlich auch aber ein bisschen tiefer hätte ich's gern noch nö hätt's nicht doch hätte ich schon geht aber nicht doch geht so danke geht aber nicht so jetzt setzt sein rotes weg danke und jetzt setzt sein rotes wieder boi Junge ey irgendwann ja wie du immer die Farben verwechselst ey nein wie meine in dem Fall hat meine Maus gemacht ja ja defekt hust hust nicht Kevin du hättest aber auch die Portale wieder wenn ich's mir so recht überlege hättest du einfach auch das gleiche wie ich machen können dich hätt die Sprungportale versetzen können aber da hätt ich ja mal was arbeiten müssen ich bin schon wieder wieso bin ich bei Portalaufnahmen immer so müde Junge du stinkend langweilig bist du bist ja der lustige Lesplayer den ich kenne danke ich wählte die kostengünstigere Variante tödliche Schmiere Geil wo rips tödliche Schmiere ja was waren wir da setz dein Portal doch mal da hin ok oder da aua kannst du sie jetzt da rauf suchen ja sind ja schon oben wo wirst du deine Lichtbridge denn jetzt hin haben da oder da oder da vielleicht versetze ich einfach meine eigene Lichtbridge so ich hätte gerne meine Leitbild oder da oder da könntest du bitte jetzt aufhören oder da huch hallo warum musst du eigentlich immer da durchspringen wo ich gerade rumlaufen will oder so ist es geht es geht ein ziemlich auf die Eier minimal auf da ich habe die Lösung ja für dich mal wieder jetzt gebe ich so jetzt spring hoch Sagen wir Bescheid wenn du oben bist ah oh Gott bist du oben? hallo 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 ja ich kann ja nicht hinter mich schauen hallo du hast die Tab-Taste hallo ja stimmt hallo hallo ne die habe ich schon mal verkauft so stehst du da oben dann würde ich jetzt gern das Teil an die richtige Stelle setzen ach daneben ja lol muss jetzt wieder oh Gott ich schau mal ob man darüber Jonathan ja ich muss ja wieder zurück Leute jetzt hast du mein Portal versetzt du bist sehr intelligent das kann ich wieder machen so aua aua so ich drücke so komm könntest du mich jetzt bitte wieder hochholen wie soll ich dich denn hochholen achso ich könnte nein kann ich nicht indem du nicht deine Portale du musst jetzt mich jetzt wieder hochholen hallo indem du nicht deine Portale was machst du meine Maus meine Maus packt die drückt manchmal random linksklick jetzt ich pack auch gleich und zwar Kuchen ok aua jetzt mach schnell ja ja ich schau dir ja ausnahmsweise mal zu so und jetzt musst du ganz links dein Portal hinlegen das war fast ganz links was ist bei dir ganz links jetzt musst du mich nochmal hochholen ja hol 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 danke danke jetzt ganz links danke ja links und rechts ist nicht so leicht zu unterscheiden du hast es in die Mitte gesetzt ja eben weil ich mich nicht einigen konnte das ist oh Trampolin ok setz dir das mal irgendwo hin ok du bist da ich benutze die Lichtbrücke für meine oh man du kannst sie verwenden ja und wohin ja das weiß ich auch noch nicht so genau und wie soll ich durch die Lichtbrücke am Anfang durchkommen weil ich versuche mich erstmal auf die Lichtbrücke zu hauen Jonathan ah jetzt kannst du hier hochlaufen aber was bringt uns das nichts hi lass mich mal hochlaufen kannst du hier mal ein Portal hinsetzen und dann irgendwo wieder zurück zum Katapult kommen ah Moment jetzt kann ich dich hier ja wieder runterholen komm wieder runter und setz dein ach ne dein Portal hängt ja noch beim Katapult so jetzt kann ich nämlich hier mein Portal Alter was machst du da du hast die Brücke entfernt sag mir halt dass du drauf gehst wie soll ich denn sonst runterkommen soll ich fliegen Junge äh Kevin ja ich bin wieder auf der Brücke damit ich mein Portal nochmal ja aber was bringt dir denn auf der Brücke bringt dir das doch alles nicht ich bin hier schon oben das Portal brauchen wir gar nicht mehr ja und wo willst du mich jetzt hin haben ich muss jetzt irgendwie da unten ein helles Portal hinbekommen okay kannst du mich mal wieder zurückholen ich möchte mal an die Sprungfeder ran ne Moment ja ich hole dich mal zurück genau du musst nämlich jetzt springen hast du richtig erkannt ja wollte ich ja machen aber du bringst mich ja andauernd um ich hätte längst drüben gewesen aber uns bringt das hier ja nix irgendwer muss da unten ein hellblaues Portal hinsetzen äh äh irgendwer muss ein hellblaues Portal setzen kein Glück dass ich immer mein Farbpalettenspray mit bei hab könntest du mal da und dahin ein Portal setzen ich setze jetzt da ein Rotes und du holst mich einfach wieder runter geht es indem du da ein Portal hinsetzt ne ich mach's da drüben Aua ich hab nix gemacht und schuldig es hat ich hasse so sehr meine Maus ich hatte die richtigen ich sag schon ich hätte wieder was falsch gemacht nein okay du willst mich jetzt noch mal also ich will mich jetzt noch mal auf die Leiter hier also macht du ja verdammt ist das dumm also gehst du da dein Portal hin so und dann holst du mich bitte wieder danke ah siehst du das rot musst du versetzen nicht gelb rot nicht gelb ja das hab ich jetzt gesehen weil ich initiiere immer mit gelb so da hier setze ich mein gelbes und du holst mich jetzt runter geh okay okay ich versetze mein rotes weil mein gelbes backt schon wieder und ich kann gar nicht mein rotes setzen ist ja auch geil darf ich jetzt kann ich jetzt runterspringen ja die Bridge ist längst da ja auf einer super Stelle damit weil ich kann ja auch immer gerade runterspringen ja kannst du du musst mit steuerung schleichen dann loslassen und einen schritt nach links machen ich mach ich behält nicht die Gesetze der Physik ja ich kann das ich komm da runter könntest du bitte wieder sein lassen meine Portale zu versetzen sorry ich wollte dich wieder runter holen ich war meiner Zeit voraus so jetzt probieren wir das ganze nochmal Nummer drei ich muss jetzt das rote setzen gelb nicht groß aber es war ja richtig so ist bereit kann springen wort 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 wird vor sich die ganze Zeit nur hier oben müssen was hol mich zurück du hast kein Sinn gesetzt ich kann mich nicht zurückholen danke du hast da kein Sinn gesetzt ja das habe ich jetzt in der lauter Aufregung vergessen aber versuchen aber hier hol mich zurück du musst da noch ein gelbes Portal hinsetzen oder ein rotes Hauptsache du merkst, dass du übertreibst nicht auf meine Portale boah die Spiegelung ist auch so cool im Wasser ey ja endlich könntest du jetzt bitte dein Portal mal da hinsetzen und halt dein rotes du hast ja leicht reden du brauchst ja eigentlich du brauchst sein ist mein gelbes weil dein gelbes verpackt ist ja wie du dann wieder über ein gelb rumschießt setz da dein rotes bitte hin kann ich nicht mehr du brauchst ja auch Freude über deine Maus das bringt es auch voll wenn du runterspringst weil dann kannst du ja auch kein rotes setzen können wir dann die Aufnahme bitte mal unterbrechen nein ich kann kein rotes auf ein gelbes setzen also dann setz dein gelbes doch irgendwo anders hin zum Beispiel da da mein rotes kann ich ja setzen hier hast du kannst du mich jetzt runterlassen du hast ja gut reden du musst es bitte mit dich setzen wobei eigentlich ist es egal jetzt hat der feine Herr da auch noch Sonderbrüche das ist ganz links das Portal also ganz weit weg und du springst trotzdem drüber hinaus äh ich wollte runtergehen boah erst beklerkst du dich nö nö mach dich mal so dass man da auch drauf springen kann kann ich ja nichts dafür ja jetzt setz da mal dein gelbes da hin ich meine bald können wir es ja auswendig du hast ja leicht reden du musst einfach nur große Reden schwenken ja ich bin Let's Player natürlich muss ich einfach nur große Reden schwenken wo willst du es jetzt hin haben ganz rechts oder ganz links ich gehe jetzt hier ran so und selbst mit Leichen kann man nicht gerade runter loslassen und eins nach links müsste ich jetzt drücken ja ich kann es aber trotzdem nicht ganz runter fällt es trotzdem in der Kurve könntest du jetzt mich wieder versetzen ja ich versetze dich doch ständig bei jedem Date so und jetzt muss ich gelb drücken also links boah fick die Wand an und wie komme ich jetzt da hoch ach in dem Geräusch das gleiche machen Moment was muss ich machen du musst das gleiche machen also du jetzt bin ich der Brückenbauer ach so ne da habe ich was dagegen ja mach warte mal ich kann es ja gleich hier hinsetzen was nö ja genau Kevin los gleich runter hallo siehste oh du fällst ja in der Kurve exakt wirst du mich verarschen wirst du mich verarschen wie langsam rennst du mein Charakter schneller ich bin fett Kugel rund und dick du fett ich dachte da kann man drauflaufen warte mal drauf Kevin ich hab's gleich Sekunde als er ich bin mach